Ja Freunde, ihr habt richtig gelesen. Heute kommt ein kleines Danksagevideo, weil wir uns einfach bei unseren treuen Abonnenten, die uns so unterstützen, die das Ganze erst möglich machen, bedanken wollen. Deswegen haben wir ein kleines Gewinnspiel rausgehandelt, vielleicht sogar zwei. Und wie das Ganze vonstatten geht, würdest du einfach sagen, bleibt dran. Servus liebe Shisha-Freunde, willkommen zum nächsten Video. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Ja, ich klau mir mal gleich einen Spruch, nämlich macht euch keinen Kopf, außer ihr qualmt. Das ist so ein schöner Spruch vom lieben Michi, der Shisha-Mike, der hat auch einen YouTube-Kanal, macht Shisha-Videos. Und der ist noch recht weit unten mit den Abonnenten. Der hat jetzt noch nicht mal die 200 im Moment. Und deswegen haben wir nämlich hier in diesem Video, was wir vorhin gesagt haben, vielleicht zwei Gewinnspiele. Nämlich, wenn der Michi bis mit das Gewinnspiel hier auslosen, 350 Abonnenten hat insgesamt, also kräftig abonnieren da draußen, Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann werden wir nochmal ein kleines Gewinnspiel machen, mit ein paar kleinen Preisen. Auf jeden Fall einen Merchandise-Artikel von uns bekommen da und vielleicht noch ein paar kleine Extras, was wir so noch haben, was wir gerne mit euch ein bisschen teilen würden. Ja, Kohle, Tabak, wir schauen mal, was wir rumliegen haben. Genau, also da wird auf jeden Fall was zustande kommen, wenn die 350 Abonnenten bei Michi auf dem Dacho stehen bis dahin. Ja. Ja, ansonsten, ich habe gerade Merchandise angesprochen. Mega Riesendank bis jetzt an euch, dass ihr uns so sehr unterstützt. Und wir haben jetzt den Merchandise, hätten wir nie für möglich gehalten. Wir haben den nur gemacht eigentlich, weil es in den Livestreams immer wieder Anfragen dazu gab, haben wir den extra gemacht, dass sich wenigstens die paar Leute mal ein Teil von uns oder ein Teil von uns werden können. Und das haben jetzt schon mittlerweile so viele Leute von diesem Merchandise bestellt, das hätten wir nicht für möglich gehalten. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir da in dem Gewinnspiel nochmal extra, warum muss ich mal ganz gut anspringen. Was ich unterscheide, ich finde es einfach so krass, ich muss echt nochmal Danke sagen, dass ich echt Leute, also wir haben jetzt so ungefähr 13, 14 Bestellungen, zwei davon von uns, okay, aber sagen wir trotzdem, elf Leute haben mindestens ein Artikel gekauft mit unserem Logo und geben quasi Geld dafür aus, um Sachen von uns zu tragen. Das ist jeden in meinem Kopf rein, ich finde es einfach mega krass und wirklich ein riesengroßes Dankeschön an jeden, der uns unterstützt, sei es mit Aufrufen, sei es mit Kommentaren, sei es mit dem Merchandise, sei es mit Spenden, wie auch immer, wirklich ein riesengroßes Dankeschön an jeden von euch da draußen. Ja, genau, auch was ich jetzt gerade noch mit sagen wollte, der Michi zum Beispiel, immer wenn wir auf einer Messe sind in Berlin, in Köln war es jetzt letztens, der ist eigentlich immer mit dabei, wo wir sind, ist ein saukooler Typ. Und wir haben natürlich in Köln noch ein paar andere Abonnenten von uns getroffen. Ja, und ich muss auch sagen, es ist wirklich nicht leicht mit uns, ein komplettes Wochenende auszuhalten, es ist echt nicht leicht. Ja, also in Köln, das war echt geiles Wochenende auf jeden Fall, trotz ausgefallener Messe, da waren wirklich ein paar Abonnenten. Aber, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, lauter verrückte Leute. Apropro, ach du weißt, weil ich es zufällig einsteigen habe, weil ich es zufällig einsteigen habe, ein orangener Hippogreif, die Uli zeigten erstmal, da gibt es nämlich eine kleine lustige Geschichte dazu. Ja, und zwar waren wir in Köln, wie ihr ja wisst, und wir haben am Ende mit unseren Abonnenten, mit Freunden mittlerweile noch eine Shisha geraucht. Und dieser Hippogreif stand da so rum und den habe ich halt so gedacht, ich so, ey komm, den nimmst du jetzt einfach mal mit. Und dann bin ich damit wieder ins Zimmer gekommen, wir alle so am Shisha rauchen, ich so, ey Freunde, pass auf, wir machen eine kleine Erinnerung an 2018 Köln Messe, auch wenn sie den Stand gefunden haben. Und dann halt einfach echt, wir waren so acht oder neun in dem Zimmer und hat einfach jeder Weg drauf unterschrieben. Karsten, also wirklich mega coole Aktionen, jeder, der dabei war, Aileen, Max, Felix, Fabi, Sarah, nochmal Fabi. Also wirklich alle, die dabei waren, war eine saukule Aktion, ich habe das nämlich echt gerade zufällig vorhin daheim mitgenommen. Also echt mega cooles Wochenende und danke dafür. In diesem Sinne nochmal, auch von mir, herzlichen Dank. Und jetzt würde ich sagen, schweifen wir nicht lange rum, ihr habt es gelesen, also ein großes Gewinnspiel steht safe fest. Wir haben uns mit den lieben Herstellern oder Produzenten von Magic Smoke Tobacco kennengelernt. Ist man? Ist man? Ist man, 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 genau. Genau, haben wir auch schon einen Tabak vorgestellt, ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Tabak, in meinen Augen. Haben wir ein bisschen was herausgehandelt und was das so genau ist, Sascha, du weißt da mehr. Ja Freunde, und zwar gibt es von Magic Smoke 50 Shots zu gewinnen. Anschnallen. 50 Shots, ich habe euch nicht verhört, sind wirklich 50 Shots. Also die Gewinnchance ist wirklich sehr, sehr hoch, dass jeder von euch was bekommt. Und das wollen wir eigentlich euch quasi was für eng zurückgeben, dass wirklich jeder von uns Abonnenten mal vielleicht was bekommt. Ich meine, wenn da jetzt 500 Leute mitmachen, woran ich nicht glaube, dann wird die Chance trotzdem etwas kleiner, aber trotzdem 50 Shots, da könnte jeder was abbekommen. Welche Geschmacksrichtung das jetzt sind, das wissen wir leider nicht. Also es wird wahrscheinlich bunt gemixt sein, lasst euch einfach überraschen. Was ihr damit dazu tun müsst, um teilzunehmen, einfach erstmal unseren Kanal abonnieren, ist ja klar. Und ihr schreibt einfach in die Kommentare, Hashtag Magic Smoke, Juli wird es hier einblenden. Und schon seid ihr beim Gewinnsspiel dabei. Das Video wird jetzt am 15.09. kommen und es läuft bis zum 23. Also bis zum Freitag und wird ganz normal im Livestream ausgelost. Und dann schreibt ihr uns einfach an, wir schicken den Hersteller eurer Adressen etc. Und dann gehen die Shots raus. Ja Freunde, sorry für den kleinen Cut und es ist nämlich gerade beim Schneiden aufgefallen, wir haben eine wichtige Gewinnbedingung vergessen. Und zwar, da das Sponsor Magic Smoke ist, liked natürlich den in ihre Facebook-Seite als Gewinnbedingung. Link ist in der Videobeschreibung. Die Link ist in der Videobeschreibung, checkt einfach mal die Facebook-Seite ab. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne der Magic Smoke Community beitreten. Das ist eine eigene Gruppe. Da verpasst ihr nichts mehr mit Magic Smoke. Wie gesagt, ist er noch nicht so lange auf dem Markt und dann wird noch einiges kommen. Weil wir wollten den Spaß nicht nochmal drehen, wegen dem Hippo Greif da, den Hippo da, wo ich in der Hosentasche hatte. War wirklich Zufall, das alles nochmal zu spielen, zu tun. Wenn das Überraschung wäre, das wollen wir nicht machen. Wir sind ehrlich zu euch und deswegen diese kleine Cut. In diesem Sinne, Freunde, wünschen wir euch viel Spaß beim Mitmachen. Kommentiert kräftig und nicht vergessen, einen lieben Shisha-Mike abonnieren. Grüße an dich nochmal, Michi, falls du siehst. Ja gut, er wird es wahrscheinlich sowieso sehen. Ist ja natürlich jetzt doof. Genau, er weiß, Abruhe, er weiß von diesem Video gar nichts. Er weiß nichts davon. In diesem Sinne würde ich sagen, macht euch eine schöne Pfeife an und genießt den restlichen Tag. Macht euch keinen Kopf. Oh, sehr qualmt. Und Sascha. Support ist kein Mord und ihr wisst, Shisha ist kein Hobby, Shisha ist Leidenschaft. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus.